also bisher ist es eine mischung aus was habt ihr euch gedacht und irgendwie ist es cool sie keine veränderung ich denke auch nicht dass das kommen wird mindestens jetzt noch nicht ja aber vorhin hatten wir auch das flackern hier hinten okay ne gut gehen wir wieder schlafen kann auch zufällig gewesen sein ich krieg jetzt diesen horrorspekt weg wieder ein bahnhof gesundheit isolier brennt mit zug fährt bring dich auch nicht mir gefällt das geräusch da drüben nicht was macht ja ich wieder zurücksetzen also komme ich darüber habe ich guck mal noch gar nicht ach so mehr war es nicht und das ist versteckt wir sind nicht alleine in den träumen hier ist noch jemand ich habe den hebel gesehen achteckplatte schlüssel bankschlüssel jetzt noch mal nach vorne näher nein da war es mit schlüssel mäßig näher doch der boden da kurkenzieher was soll ich denn hier machen der klette drauflegen macht ja keinen sinn ne aber kurkenzieher oder isolierband ne isolierband macht ja keinen sinn wollte eigentlich auch nicht sinnlos ausprobieren ne muss ja schon logisch passen nachtdeckplatte 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 ausprobieren also das isolierband ah ok so links nachtdeckplatte nachtdeckplatte ?" Spielzeugklavier, muss das vielleicht hinten hin? Warum wolltest du jetzt erstmal nicht weiter gucken? Weil ich ja mal gucken möchte, ob das jetzt hier hin muss, auf die Platte. Weil hier würde es ja Sinn machen. Warum? Weil es nicht so spielzeugmäßig ist. Was hat es gemacht? Die Frage ist, was hat es gemacht, das Klavier? Kommt vielleicht noch. Ich denke mal, du musst vielleicht erstmal weiter. Ja, warte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wer war das auch, der ausgeregt, den ich suchen sollte, oder? Soll ich hier weitergehen oder wollen wir nochmal zurückgucken? Ich würde nochmal zurückgucken, weil wir waren noch nicht ganz durch. Was hat die Sache? Dann ist es. Soll ich dir, was was ist T heart 자연�로 steumble. Also... Dann warte. Dann ditch maintained das televisivkreiben. Wie ist es hier zu sein? Wie ist das Lein? Ich glaube natürlich noch so, was ist das ein presence der Flachstraße. wir sind mutig bitte macht das nicht nach genau was passiert hier ich dann schon loslassen müssen hier ist auch wo es noch alles stellen hier weiter hier hier ist es nicht wo war das jetzt aber da fehlt dir noch was hast du das gesehen da fehlt dir was wir hatten nichts mehr da brauchten wir noch ein item ich glaube wir müssen doch erst den das klavier holen da ist bestimmt irgendwas versteckt denkst du nicht du hättest das jetzt auch einfach festhalten können weil da hinten stand wir brauchten einen gegenstand warte ich wollte das ja wo war das jetzt nee du warst gerade in der ausgangsposition und bist dann um die ecke gegangen ja warte also gerade irgendwo die hast du die ausgangsposition war das ja das ist nicht die ausgangsposition aber hier guck mal hier ist noch mal hier da ja und hier ist ja irgendwas was wir brauchen das wird ja nicht da musst du ja eine dynamit hin das denke ich nicht denke das denke ich schon dynamit sein er will aber irgendwas haben und wenn er strom hin führt das geht voll ins nichts können wir mal hier lang gucken da ist unser freund so jetzt haben wir das auch einmal gesehen unser freund denn du kannst komische freunde haben unser freund sagst du ja ah nioh nioh wenn wir das schon immer ob ok funktioniert ja alles in seinem traum kann auch sein kohle muss daran nein kohle muss in den ofen kohle müssen wir in den ofen tun ok kohle kommt in den ofen ich glaube trotzdem wir müssen durch die höhle und dynamit finden kann es natürlich auch hier schon versuchen ok das ist nur dafür dass wirklich die letzte etage zum spiel das wollte ich nicht ich bringe das noch die kohle weg und wir können sie nicht anzünden na was habe ich gesagt mit dynamit ich glaube dass wir sind verkehrt rum in der höhle kommen wir nicht andersrum rein aber du hättest ja jetzt nach links laufen können weiter nein zurück genau nach links und achso das hätte ja sein können dass achso so meintest du was war da nach rechts hier ist da nichts weiter nein ich meine genau auch nicht jedenfalls ja noch ok ich denke du kannst hier noch nichts machen Hä? Was? Die konnten uns riechen und du musstest langsam gehen, sonst hätte sie sich gehört. Deswegen ist die immer so nah herangegangen, wenn die vorgegangen ist, bin ich stehen geblieben. Okay. Das sah mir das schon fast aus gerade. So, wir würden den Aufwand geben, das wollen wir nicht. Diese Idee wäre ich auch gerade. Können wir jetzt eigentlich hier noch was machen? Ja, zu. Okay. Das heißt, wir bringen erst mal das Dynamit weg. So, auf der Seite ist schon mal nichts, das heißt, wir müssen als erstes hier hin. Ja. Dann einmal zurück. Ja. Hier hin. Dann rennen wir hier rüber. Hier hin. Dann geht es nach oben. Das heißt, wir springen nochmal nach hinten. Ja. Hier hin. Dann geht es nach unten. Das heißt, wir müssen zweimal nach vorne. Wir gehen einmal nach drüben. Nein. Nur einmal? Dann genau. Nee, aber hier war kein Stecker. Ich komme nicht rüber. Nee, ich muss ja in die Richtung. Ich muss da hin. Ach da. Hier. Und dann nach hinten zurück. Und dann hier runter. Dann sind wir hier und da. Okay, fünf Stück sind das jetzt, ne? Ja. Nein. Na gut. Dann lassen wir uns mal ein wenig schocken. Nein. Was? Hast du frühe losgelassen? habe ich gar nicht ja jetzt haben wir uns verpackt jetzt er lässt doch von alleine los nein das doch nicht hallo so und jetzt noch mal noch mal nein noch mal nach vorne jetzt noch mal nach hinten ach man ach so hier und doch es genau das ist halt musst du halt umhärten das problem ja ich habe es schon also man kann nicht sagen dass das spiel nicht spannend wäre total gefährlich diese nicht isolierten kabel noch mal ne ja nach links genau eins zurück nach unten da gehen wir ein Stückchen um Decke ich wusste nicht ob wir weggesprengt werden deswegen andersrum ja was ist die die tür hier ja das ist die ich denke mal da ich denke mal da ist das fies ich sehe aber nichts und sie kommt immer näher alter das ist eigentlich wie die sonst wir gucken uns vorher den weg durch wir müssen in die mitte rein dann gibt es nur einen weg nach ein zweiter ok wieder unten rein dann das nächste loch rein ist eigentlich ein kreis einmal einmal im kreis rein ok ich höre es halt doch nicht mehr ich bin ja immer runter ich hänge in dieser sackgasse fest jetzt ohne noch ich glaube wir müssen noch den hebel ziehen ich glaube ich musste noch den hebel ziehen ich brauche wieder bild ja nichts was da kann man auf den kopf rennen auf die andere seite rüber wo soll man das sogar nein secret zwei von sechs trauen tage bücher ich glaube an jedem level gibt es eins und das heißt wir sind schon im sechsten level ne wir sind jetzt nicht im sechsten ne im fünften ja ja eins fehlt er noch sicher gehen dass mich ne ich wollte eigentlich gucken wo die wand hochkönnen achso aber ja auch das abwärts interessanter zug muss ich sagen ja oskar so sieht es aus so 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 so